Wir haben die Top Toyota und Lexus Hybrid-Mythen unserer Sales-Teams zusammengefasst und gebastelt. Der Mythos Lebensdauer-Batterie. Was wir von unseren Kunden oft zu hören bekommen, ist die Frage nach der Lebensdauer der Batterien. Die sind doch sau teuer, der Austausch funktioniert nicht und die Garantie auf Verschleißteile gibt so und so nicht. Keine Sorge, bei unseren Modellen handelt es sich bereits um die vierte Generation. Auch kann Toyota mittlerweile auf eine 22 Jahre lang Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken. Übrigens, wir bewegen uns hier immer im mittleren Ladefenster. Das heißt, die Batterie wird auch nie wirklich Tiefen entladen. Die Defekte gehen also quasi gegen Null. Außerdem gewährt Toyota fünf Jahre Garantie bzw. 100.000 km auf die Hybrid-Batterie. Beziehungsweise kann diese auch beim jährlichen Hybrid-Service-Check auf bis zu zehn Jahre, je nach Kilometer-Laufleistung, verlängert werden. Nur bei 90.000 km erfolgt eine Reinigung des Hochvoltsystems, doch das kostet bei uns um 250 Euro. Das heißt, auch die Servicekosten sind hier somit ziemlich gering. Überzeugt und bereit für einen Test? Dann unter kalsch.com slash hybrid gleich einen Termin vereinbaren. Wir freuen uns! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.